Ich sehe, dass hier so ein Spezialist ist. Wow, Moin! Wer ist aber der Schaumschütze? Oh, der geht. Der hat gegen ganz viele rein. Ja, was müssen Sie denn da? Ich bekomme den Kill nicht. Flitteln. Digga, was? Der ist ja A in der P, Digga. Ja, das war nicht der mit dem Lamm, okay. Der ist jetzt gedönt. Bei DX11 Jungs, es schneit halt bei mir. Wow, Moin! Moin, Häschen! Moin, Häschen! Du Klickse! Hä? Schüttern! So, jetzt reicht's. Was war das? Das ist der Hase, Digga. Der ist aber der Schaumschütze. Oh! Der wird so weg ins Hut, Digga. Der wird so weg. 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 Das ist weg. Ich spreche es gar nicht. Oh, er hat sich aber ausgeloogt. Der hat keinen Bock mehr auf das Game. Der war gerade der Beweis, dass der SMG rausgenommen werden soll. Bruder, das ist nicht so gut, als ich jetzt. Oh, der SMG ist aber in der AR gefühlt. Was ist das denn? Oh, das ist ja nicht so gut. Oh, das ist ja nicht so gut. Oh, das ist gut. Huh? Der ist ja so ein Spezialist. Der ist ja so ein Spezialist. Nicht geriffed. Nicht geriffed. Ja geil. 200. Der hat auch eingeschnitzt. Oder was? Der ist ja so ein Spezialist. Gerade aufgestanden. Könnt ihr den hier machen? Das ist ein Apfelsammler. Guck mal, der hat so richtig Spaß gehabt. Er wird die ganze Zeit durch die Wand gittet. Warte mal, warte mal. Er dreht den Spies um. Schau was er macht. Überdenkt sich nur, was ist sonst vorne geworden? Damals hat er noch Apfel gesammelt. Oh mein Gott, was ist das für ein Attacker. Digger. Digger. Was soll das? Der gehört schon in die Bandie, Digger. So, was macht er jetzt? Jetzt. Es. 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 Locked. Locked. Entlocked. wo ass hab. Du bist Rico. Du bist приходier. Du bist broier. Du bist risk Chargeris. Chiab.